wie hitomi tanaka ob keine ahnung was ich heiße doch gar nicht mehr hitomi tanaka bei mir heißt du da so noch ich habe mich ungenannt ich weiß ja nicht was bei dir los ist du hörst sabrina nicht hat einfach mitspielen können und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge mit neuen modi aber ein der mutter ist wieder dabei der zibison nächsten wixer und hana haruna die geile titten alle ja keine sexistisch so bin ich und die brille wegen klug scheiße genau jetzt muss ich aber erst mal noch mal kurz gucken ob warte mal kurz warte oh shit ich muss mein gemute dings um meine schnelltaste noch wieder ändern ging das noch mal hatte ich da eigentlich hingelegt aber ist nicht vorher werden zuschauer warten ja kevin unsere werten zuschauer aber du ja nicht richtig genau deswegen ist denn jetzt hier ich habe ja lustige musik mit nach unten laufen also im video echt toggle mute wie kann ich hier ich will wie geht das zu ändern ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht mehr action key bind also ich weiß dass ich vor der aufnahme machen können jetzt müssen deine fans hier gucken wie du einstellungen ja ich weiß dann muss ich nachher wieder fünf minuten vorspulen das ist mir doch scheißegal oder hören wie man das auch wie man die 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 button ändert ist mir bei discord hotkeys und dann hotkey und dann bearbeiten echt so unfähig was auch was kann der mail ist vielleicht wieder wegen stinken ja 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 das mache ich da hier jetzt alles klar alles klappt so dann kann ich jetzt losgehen wer ist denn da jetzt rausgegangen ich nicht na wer wohl vielleicht dachte das geht jetzt los und darum hat der hat der hat ja das muten auf alter 4 gedrückt jeder das kann so denn weitergehen du musst aber was machen ja okay also wir haben hier neue modi es gibt animation das ist zeit für animation erstelle gemeinsam mit anderen animationen so dann hat ein eisbrecher spiele nur mit einem satz stelle fragen und habe bitte zeichnen zeichnung anderen spaß ja super auf dem bildschirm wichsen oder so habe ich mir auch gedacht so weit punkt geht alles jedes mal jedes mal wenn du die bedeutung versetzen und zeichnung bei mir jetzt erzieht punkte super toll und jetzt machen wir jeden film ersteller animation mit der doppelten anzahl an runden die uhr bleibt stehen bis alle fertig ausgewählt haben das heißt das wird jetzt eine sehr lange folge abgesehen davon dass der start jetzt sowieso schon so lange ja das sind die neuen sachen und die waren jetzt los und dann halten jetzt gleich alle mal die fresse wenn wir malen außer ich ich rede euch zu da sind alle fällig und alle fällig alles klar und los geht es die scheiße wird gucken das kommt aufmachen ob ich wirklich gut und das wieder der die bietet so schreibe einen satz also wir sind ja hier auf einem bildungs kanal und deswegen der liebes akt detailliert dargestellt das kann ich weiß ich nicht ob ich das machen kann weil wegen youtube aber das ist ja alles zu dokumentations und bildungszwecken ich mach das oh mein gott so jetzt sind vier von fünf fertig aha übel kotzt auf zimmer das problem ist ja jetzt wie macht man hier eine animation jetzt direkt wieder einen hund malen hier so ich glaube so sieht er ungefähr aus so ist schon falsch so sieht er aus und so und so ich kann keine eingedrückte fresse malen er freut sich auch ich kann das geht wieder gut los hier er ist glaube ich auch eher hellbraun und hat schlappöhrchen schlappöhrchen und dann ist er dazu noch recht klein proportioniert er guckt jetzt leider in die falsche richtung das ist scheiße und hat hier so ein stümmelchen und er kotzt auf zimme den hatten wir ja immer so dargestellt wie so ein taliban nett persönlich nehmen und hier so und er liebt es er liebt es wenn über auf ihn kotzt ich kann ihn malen fertig ich bin der erste ja gut leute ich bin der erste da weiß ich auch nicht was ich noch machen soll und er ist wieder rausgeflogen kurze frage gibt es bei euch den füllen knopf ich mache hier dasselbe wie immer nein ne der füllen knopf ist glaube ich jetzt ist das ich weiß es nicht okay man kann das kartik logo da hinten weg machen na gut ne füllen gibt es nicht es ist mir gar nicht auf wo ist denn jetzt hier warum ist denn mach ich noch ein bisschen aus hier das ist noch keiner fertig ich weiß nicht warum so ist der nähe so nähe so nähe so wie malt man denn ein hund von der art wie übel ist aber der muss auf jeden fall hier noch ja das heißt ja maul das ist ja nicht beleidigend das ist ja der tatier und mit warte da sind noch kleine hundefutterbröckchen drin was leckt denn hier jetzt so und hin und wieder auch noch ne da was leute denkt dran es sind zehn runden davon sind fünf zu zeichnen dauert relativ lange ich weiß nicht was das hier für ein filmchen tag am ende geben soll ich weiß nicht wirklich nicht das ist ein ganz neuer modus ja ich weiß nicht zwei leute sind fertig ich gucke dir der weimar handy rum ich weiß auch nicht was ich sonst zur unterhaltung machen soll könnte jemand anderes dabei spielen ich weiß auch nicht hier das bild ist sehr habe ich sehr gut gemacht das ist hier schön links unten in der ecke von der gesamten fläche also ich habe ich habe mir das hier nicht ausgesucht ich mal ja nur hat mir ich male die mir geheißen doch lalalalalalalalalalala wieviel nimmt das jetzt auf wie lange Leute wir sind schon bei 11 minuten und das erste zweite mal zeichnen jetzt bin ich wieder der letzte der fertig ist ich bin wieder mal der letzte ich bin das letzte das könnte mir nicht vor wir haben drei sind fertig spannend ich muss aber also ich schreib den meine gruppe ok mit zeit limit wäre besser lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Peter sagt ja das wollte ich schon mal so sagen aber das können ja alle nachlesen oh mein gott ich hab mir heute ich hab vielleicht schon gegessen ich hab mir heute die vanille wappeln geholt die kann man so auseinander reiben glaube ich wenn man das geschickt anstellt und ich schaffe das gerade tatsächlich jetzt hatte ich die so auseinanderreibe wie du oreos oh jetzt habe ich den markennamen gesagt ist ja auch egal und dann wundert sie sich hätte vorspulen müssen pass mal auf der mensch hat jetzt schade warte mal ich mach das mal gerade wo haben wir denn ich suche was warte mal hier ist nett ja ich esse der wein noch ne waffel was kithark stand schade gerade warte ich werde euch gleich weiter unterhalten es und aber ich werde euch gleich weiter unterhalten aber wenn das was das ja ja hier und da jetzt halt noch mal das schluss hallo war einfach das schluss 4 von 5 so wenn ich nämlich jetzt über discord ich muss mal aufpassen über discord auf die fenster aufnahme gehe stelle ich das erst mal ein kann ich gar nicht jetzt kann ich und dann stelle ich ein auf data so jetzt kann ich statt hatte ich hier nichts verändern ich jetzt hier die fenster aufnahme und ich das jetzt so mache dann mache ich das nämlich so und dann können wir hier gucken da wird sich verändert da 23 hier 234 56 irgendjemand kommt da wirklich nicht aus der pötel das ist das geht so einfach nicht so und dann mache ich das jetzt so ich spiele das einfache das muss dahin das muss jetzt auf einmal plötzlich urplötzlich dahin ich muss natürlich auch mal im auge behalten ich sehe noch drei von fünf also ich bin im bilde wer ist das denn sollte es sollte keine kunst das ist hier nicht der kunstkuss ihr sollt keine kunstwerke machen ich will hier bilder sehen das muss hier mal vorwärts gehen doch geht nicht weiter so dann mache ich statt jeder hat hier und wo komme ich denn jetzt wie kann ich den c2 einschmeißen mache ich aber erst mal so deck dich auf deck dich zu deck die titties wieder zu wird heute auch noch was ich frage nur für den freund weil ich nicht um mich gehört habe da mache ich das so bin ich jetzt gemütet der peter ist wieder raus was ist mit ihm der ist ja ganz raus ja tut mir leid hat mir jetzt dass ich jetzt hier solitär spiele aber passiert einfach nichts die leute kommen nicht aus der pötte oder schreiben die vielleicht gerade in der gruppe ich muss kurz gucken wenn der wichtig sein geht weiter leute geht weiter moment sorry stefan wedel sich einen von der pfeil wird das schon richtig gut dargestellt dort stimmt aber was soll ich da jetzt machen ich verstehe ich soll da jetzt drüber malen damit es so aussieht als würde sich das bewegen was sind die verwendeten farben ok da habe ich wahrscheinlich diesen kreis kopf gekriegt der meiste stifte je so das bin ja ich ich sein ich bin gespannt so so und dann wird ja natürlich das ist jetzt ich bin jetzt gerade am vorbereiten das ist ja jetzt in seinem normalzustand was hier mit meinen eiern passiert ist weiß ich nicht genau so den knall ich jetzt mal hier in der höhe so wie das in echt halt ist ist das ganz so abgeknickt der hände werden dabei auch länger aber jetzt zum langen finger und so acht jahre das ja mit ausmalen hier ist das löschle wir sind am ausmalen gewesen deswegen hat er zu lange gedauert hat mir der palme da das ist unnötig jeder noch dicker hier und das im zusammenhang mit meinem penis wie dann noch dicker soll ja meiner sein ich muss sagen am anfang da also sonst hätte ich ja nette kotze dahin gemalt dann hätte ich ja wenigstens erstmal nur den hund dahin gemalt jetzt muss ich stadt he aus mal weder wird nicht schön animiert am ende so das stiftchen müsste ich dünner machen ich mache das einfach so und mal damit schwarz nochmal drüber dann mal ich die palme die wird natürlich auch noch riesig ups weißt du wenn hast du so einen abgeknickten benis muss ich jetzt glaube ich nichts zu sagen ähm ach ja ohje ne hier das grün haben wir verwendet da ist natürlich probleme mit dem vergleichen da im hintergrund aber das sollte ja eigentlich Sollte das ja wahrscheinlich der Film sein. Den die hier schieben. Wenn die an mich denken. Da. Mache ich das Pfeilchen natürlich hier noch hin. Aber die sind in eine entgegengesetzte Richtung. Da man eine Bewegung darstellt. Wir müssen noch die Farben rein. Überall. So. Was ist das denn da unten in der Ecke? Was ist das? Keine Ahnung. Ich zeichne mal nach. So sehe ich das hier so. Kann ich leider nicht erkennen, was das sein soll. Was das hier sein soll, warum, das weiß ich auch nicht genau. Ich bin hier halt hinter der Palme jetzt. Ganz anstrengend, Leute. Ganz anstrengend. So. Und da da. Ich bin hier. und da oben ist jetzt vergessen und die schweiß tropfen am sack so und jetzt muss ich den ausgemahle hier muss die authentisch halt auch gott auch gott auch gott auch gott ist hat hier eine last mit der maus ist das eine last wo fliegt der huf schrauber dahin ist eigentlich ich habe glaube ich jetzt alles berücksichtigt fertig ja meine müde ist das spannend ist denn da ich wollte dann weiter geht es hier und fünf so angezeigt dass ich die dame irgendwo hinschmeißen kann oder irgendwann auf die dame warum wird die mir angezeigt ist da links vielleicht noch oh mein gott ich muss die obs verschieben jetzt spiele ich schon elf minuten dieses solitärspiel und da war jetzt nur elf minuten diese eine runde da wie lange ist denn hier zu aufnehmen am 27 minuten ja viel spaß viel spaß so hier kann man da drauf schmeißen oder war dann auch schon wieder so die kann ich da einschmeißen das schmeiß ich jetzt darauf den ganzen ball hier den ballen an karten schmeiß ich dahin wo ich jetzt gerade hingeschmissen hab ich eigentlich mal eine zwei jahre zwei danke kann ich nämlich den ballen hier so jetzt alles durcheinander gewürfelt aber das ist ja meine aufgabe das wieder in ordnung zu bringen oh es geht weiter stopp halt stopp wollt ihr mich eigentlich verarschen das war ich nicht arschhamster die karten spielen also erst mal den hier ich mache jetzt die szene ich mache jetzt eine szene der tda arschhamster sitzt hier so in der backe und weiß nicht warum der unbedingt die sonnenbrille aufhaben muss und warum arschhamster ja ich bin ich bin der letzte der hier irgendwas kritisieren will alle der richtigen schlag auf schreck weil das seht ihr gleich was passiert der schreckerschlag weil aus folgenden krönlich nochmal muss soll hier auch noch ein arschstreifen ist bestimmt so eine bremsspur deswegen sehen die hamster so aus die haben sich überall hingeschissen weil das sind ja arschhamster aus irgendwelchen gründen müssen die ja braun sein NEH 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 Da trifft man einmal aus was jede rechte maustaste war rechte rechte und linke und linke und rechte NEH 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 ja der hocker ist ein bisschen weil der gleich haben wir nämlich jetzt lief nämlich der tisch quer durch die gegend weil der hamster da der arsch hamster rastet völlig aus rastet total aus weil er auch so einen fetten arsch hat er hasst das ist schwierig ist schwierig ich kann nicht mal und mich dabei auch noch häusern äußerlich wieso habe ich den hamster denn hier ich habe ihn unterbrochen hier geht er weiter und er flippt den table quasi er flippt den table weil er sowieso verliert obwohl er ja eigentlich bessere karten hat er hat nur eine siebe ach ne der kriegt dann ein full house oder was eine street street flash ich kann kein pokern deswegen und hier das ausmalen hier wieder ich frage mich wie die das darstellen dann am ende das hat ein braunes beinchen hier und auch hinter der binde geschissen und hier hat so ein fleck und dann habe ich natürlich das öhrchen vergessen und da haare am kopf habe ich sonst noch etwas vergessen karten fliegen hier ja auch karten die mache ich jetzt den fliegen ist aus der hand da ist schon mal das 7 hier ist neun und da ist der 8 hier ist da fliegt seine karte so eine und dann noch die schwarzen und wo wir gerade bei der solitär waren hier ist der könig das ist der queen das ist der joker und die ist von hinten zu sehen und dann oh ich bin der letzte pfeffer du bist das letzte fertig oh mein gott unter meiner telle das ist das ist cool daraus kann man was machen ich hätte gerne eine linie noch ein stückchen dicker ich weiß also mal ganz ehrlich ich muss ja ich muss ja mal kurz fragen leute ah also ich muss mal kurz anmerken wenn da steht unter meiner toilette wächst ein speisepilz warum zur hölle malt ihr ein fliegenpilz sein nur so gefragt ich möchte euch vor schaden bewahren deswegen äh esst bitte keine fliegenpilze falls ihr das bis jetzt gemacht habt schon mal lastet alter ich mal um den film jetzt aufrecht zu halten bleibe ich jetzt bei dem bild des fliegenpilzes aber an sich äh ist das nicht gut ich würde gerne jetzt aber trotzdem auch ein fliegenpilzeuge und das nicht geht komplex für das programm hier dann das als als bewegung darzustellen und pünktchen 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 so das klo bleibt ja gleich und hier war dahinter ist ich weiß nicht was das sein soll wahrscheinlich ein spülklöp das ist der spülknopf wenn man kacken war oder das ist der spülknopf wenn man pinkeln war dann spart man wasser und jetzt muss der klo natürlich noch mal werden so der käfer hee den müssen wir natürlich auch noch einbinden und die spinne das spinnchen müssen wir auch einbinden das seilt sich hese runter ich glaube das ist das nächste ja ja ach ja die sonne da auch äh das käfer da läuft hier hin ich habe seitdem wenigstens sechs beine gegeben ja dann äh nur so einen punkt hier als köpfen der kopp ist mitgewachsen kein Bock dazu korrigieren und der rote streifen und der rote streifen äh äh pfff wie mal ich denn ist auch nichts erst mal mit der augen werden größer der mund auch mache ich direkt so und aus mal mal ich bin noch nicht der letzte äh äh pfff oh alter ey fragzeichen nachzeichen hier aber hallo oh mein cursor warum liegt das spiel das ist ein scheiß browser spiel alter ich ticke gleich aus eben schon ja da brauchte ich für zwei megabyte zehn minuten bei steam ein update zu laden ich fass das hier alles nicht habe ich schon vergessen es ist der hellste gewesen aber auf jeden fall können wir jetzt wenn wir lustig sind äh das machen so äh äh das kommt dahin kann ich nämlich das sie das sechs dahin schmeißen auf das sieben ah da hinten ist ein acht guck mal 26 minuten sind wir jetzt hier neun jetzt fehlt hier eigentlich ein Bube äh nächste Karte ah da ist er der Bube oh geht weiter ich darf nicht vergessen hinter dir ausmachen ach was warum tröppelt das denn da raus so komisch das kann man ja im prinzip nachzeichen wie das nachzeichen wie das nachzeichen wie das ist stein du bist so lustig so die Titte machen wir zuerst die eine Titte die den ganzen Rücken ausmacht auch der Nippel der komisch rot ist ich mal nämlich die Konturen mal später drum oben um die Titte zumindest der Nippel rot ist immer der Nippel rot ist das war bestimmt das kalt schon wieder nein nein also ich äh dann macht sie halt mal so muss ja Bewegung muss ja Dynamik in der ganzen Geschichte hier sein auch wenn wahrscheinlich der Arm sich in der Zeit bewegt nicht so bewegt wie ich das jetzt hier darstellen will und was das hier in der Mitte ist weiß ich auch nicht das jetzt hier das war zu dick aufgetragen wird immer zotteliger weil geht ja immer ab hier so dann machen wir das jetzt in der also folgendermaßen das Beinchen das ist richtig aber das geht dann so weil jetzt ist er dann da drin wie ist das Ballsäckchen das Ballsäckchen so finde ich da eigentlich ganz gut umgesetzt warte mal dann machen wir das Köppchen noch ein bisschen hoch hier also ich weiß der da so ich wollte keiner von denen sein weder würde ich der Typ sein noch die Alte ich prickele das einfach hier aus ich prickele das einfach hier aus ach ja die Alte hat noch kein Gesicht ach ja die Alte hat noch kein Gesicht ähhh mach den Mund auf oder Satteltenstift ich könnte das jetzt unten rauskommen lassen weil das sieht ja offensichtlich so aus als würde die hart leiden aber wenn das ist stochert er daneben oder ist er halt durchgegangen man möge mir verzeihen ich finde das schön so das geht jetzt weiter die vier will er dann stehen irgendwie irgendwo hinschmeißen schmeiß ich die doch mal dahin ich brauch die sieben was halt doch ein maul das war auch im versehen die vier wollen kann ich ihn schmeißen und dann muss die beiden alex hilfe zittel nein du opfer hat er wohl ich habe es gut zu stellen dünner Linienführung so der futzt aber auch noch anscheinend und jetzt ist er dann halt komplett abend oder kotze richtig voll gesippt habt leider die gröckchen vergessen die läuft jetzt hier auch rum weiß man ja dass wer das jetzt hier ist so steht ja hier so bon 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 BWUH Tsch-tch-tch-tch, tsch-tch-tch! Ich weiß ja nicht, warum das so aussieht, aber anscheinend hat es jetzt pinke Haare. Oh. So, weiter geht es hier. Ich bin mal gespannt. 35 Minuten geht das. Wie? Ne, das geht jetzt 53 Minuten, eine Stunde, Leute. Ich glaube genau, es war da. TTT-Spieler. Seht ihr das? Wie seht ihr das? Ich darf gleich nur nicht vergessen, da irgendwie die Animationen darstellen, sondern irgendwie, dass die halt was schwätzt, weil das letzte Mal, als ich Host war, musste ich dann selber vorlesen, das eine Mal da. Das ist ja nicht so lustig. Eigentlich könnte ich schon mal TTT starten, damit das auch nachher eine halbe Stunde dann fertig ist. Ich muss ja... Ich muss ja jede Kärtchen ausbreiten, da bin ich da unten, ein Stabel noch. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn ich die Runde fertig habe, weil das sieht ganz danach aus, als ob ich hier fertig bin, bevor die fertig sind. Ich kann das jetzt noch nicht so lustig sein, aber ich kann das nicht so lustig sein, weil das genau so lustig sein kann. No offense. No offense. No offense. No, 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 no. Na, wo hat er gleich jetzt hier? Wo ist denn der vier? Ich brauch den vier! alter ich weiß ich habe dann ich habe aus versehen wo ist denn der ganze scheiß hier da ist doch noch neun die fehlt ja so hier und da und hier und da da müssen wir so machen da gibt es mal einen punktabzug da oben bin zu ja das mache ich jetzt noch zu ende alter ich will nicht noch mal das mal da fliegt mir sogar der britischen weg so mal schon erstmal zu ruhe aber dann geht es so wie ich schon hier so rum wie stell ich denn das noch mal da ausgemahle jetzt muss ich den riesenpimmel hier ausmalen stehe quasi da dahinter dazwischen so der liegt jetzt hier ich will ne mehr jetzt leckt das hier schon wieder alter das erkennt man wahrscheinlich nicht aber das hier so ne so ne bogen sein soll da der quasi sich in der andere richtung dann streckt da muss ja irgendwie ein bild passen und ich versuche das halt auch die weise zu bewerkstelligen zu gewährleisten ich habe doch eben erst ein penis gemalt jetzt muss ich gleich wieder das hamster malen ne das brilchen kann ja nicht immer noch da sein das liegt das liegt jetzt hier so auf der auf der eischel wie steht das brilchen das ist echt anstrengend hier also nicht nur hier das hier sondern malen auch ich will nicht mehr malen ich will nicht mehr malen ich will nicht mehr Die ist mittlerweile umgeknickt. Die ließe noch die Fahne, die Palmwiedel. Ah ja, und dann habt ihr vergessen, das braun zu malen, naja. So, jetzt habe ich aber solitär die Runde ja durchgespielt. Was ist denn hier das? Jetzt bleibe ich, jetzt kann ich eigentlich nur was essen. Ich habe noch Mettenten, eigentlich könnte ich die. Ich glaube, die essen gleich nach der Runde hier. Mal gucken, ob jemand in die Gruppe geschrieben hat. Oh, 19-Narischen. Ja. Ja. Jetzt habe ich Instagram geöffnet. Oh mein Gott, jetzt zeigt das Handy Schwarzbild an. Was? Nee. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ja. Ja. Wir werden sich jetzt wundern. Aber ich weiß nicht, was ich da jetzt nochmal malen soll. Aber sowas kommt ja auch schon nach Vora. Ich mal das auch schön hier. Ja, ich weiß, der Anfang war falsch. Da muss man natürlich noch hier das Gelb reinbringen. Da. Ehrlich. Also ich habe mir dann hier noch den Knusperkracher geholt. Das sind die Erdnüsse im Teigmantel. Und ich habe mir geholt die Erdnüsse mit schwarzem Pfeffer. Und ich habe mir noch geholt die Rosinen mit Schoko. Oh, Mantelung. Wo hänge ich denn jetzt fest? Ach ne, da ist das Kissenloch unter meinem Stuhl liegt. Oh nein. Da unten ist das Logo für Windows-Updates. Scheiße. Kann ich das schedulen jetzt hier? Select the time to restart. Ne, 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 ne. Ich mache jetzt gar nichts. Ich mache jetzt gar nichts, okay? Ne, ne, ne. Nein. 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 Start führt zu nichts. Dann ist hier gleich alles im Arsch. Habe ich noch aufgenommen? Eine Stunde. Ich raste aus. Ich schlechte Hände über dem Kopf zusammen. Leute, 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 Leute. Ach ja, das hatte ich mir geholt. Mit 2,95 im Internet. Bei Ebay. Überlege ich, ob ich das Let's Play. Mal gucken. Ob ich das Let's Play hole. Ich schwätze jetzt hier eine Stunde mit mir selbst. Das hier ist übrigens mein Pornostick. Hm. Das hier weiß ich gar nicht, was ich auf den Stick habe. Weiß ich nicht. Gucken. Ah. Da liegt eine Kolimine. Wiederholungs- und Vertiefungsfragen. So, Leute. Welcher Grundgedanke liegt § 80 VWGO zugrunde? Wie ist der ausgestaltet? Da fragst du mich zu viel. Welche beiden Fälle unterscheiden § 80? Ich weiß den jetzt gerade nicht mehr. Welche Zulässigkeitsvoraussetzungen sind dann ein Antrag nach § 80? Ich lese mir das lieber nicht durch, weil das macht mich nur traurig. Was gilt bei mehr als zwei Beteiligten? Gut. Äh. Eine andere Frage. Andere Frage. Ähm. Ne, keine Frage, sondern, äh, Lösung zu Fall 8. Was ist das? Examsrepetitorium Verwaltungsrecht. Allgemeines Verwaltungsrecht. Polizei, Bau und Kommunalrecht. Staatshaftungsrecht. Was? Das sind alles in den kleinen Büchern. Okay. Ausgangsfall. Sachurteilsvoraussetzungen. Stattdass ist eine Anfechtungsklage. Danke. Der ist abgebrochen. Und ich wünsche mir. Ja, da weiß ich was dazu. Da weiß ich was dazu. Äh. Das geht so. Kann man Linie malen? Oh, da kann man Linie malen. Gibt das eine Linie? Verzahn. Ich schmal die hier die ganze Zeit mit der Hand. Ist auch dämlich. Das male ich jetzt exakt nach. Auf kleine Details werdet ihr sehen. Oh, ne. Da hat aber auch jemand hier den Klo-Knöppel vergessen. Ah. Jetzt stell dir das mal vor, du spielst halt mit 14 Leuten. Das ist die maximale Anzahl an Spielern, die man hier einstellen konnte. Da wirst du doch bekloppt. Da wirst du doch behämmert. Hopp. In der Birne. In deiner Blähte. Unter der Blähte. Den Kackpilz muss ich jetzt noch ausmalen. Dann mach ich zuerst. Dreck verdammter gottverlassener Pilz. Ah. Und Punkt Schnee. Okay. Warum auch immer der jetzt plötzlich so aussieht. Vielleicht weil er tot ist. In den toten Flecken. Beutelchen, was er da hat. Warum auch immer. Ja. Vielleicht werde ich es noch herausfinden. Ja. Ihr könnt wahrscheinlich vorspulen. Also habt ihr wahrscheinlich gemacht. Habt ihr wahrscheinlich gemacht. Hier sind wir Fliegen. Fliegen. Und die schwirren hier so rum. Ui, 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 ui. Pilz fängt an zu stinken. Und draußen ist es mittlerweile Nacht geworden. Mh. Versuch das mal zu vereinfachen hier. Und gleichzeitig Sternchen darstellt. die Sternchen. Die Sternchen. Die Sternchen. Die Sternchen. Die dürfen natürlich nicht über den Rahmen. gehen. Weil das ist ja alles. Weiß ja noch was. So. Hier. Ui, der Mond. Und. Da ist der Mond. Sieht aus wie eine graue Erde. Aber ist egal. Fertig. Fertig. Ja, ich war auf Klo. Und hab jetzt mein drittes Glas Whisky Cola gemacht. Wie lange ging das? Eine Stunde? Wir sind jetzt bei einer Stunde 13. Alter. Ja. Ui. Also mit einer Stunde kommst du da dran. Wenn wir mal den Vorspann nicht berechnen. Ja. Ja. So. Wir sind jetzt alle da. Es muss ja so ein bisschen schneiden. Sabrina. Ja am Anfang war die doch voll liebevoll. Die Bilder. Und am Ende war die doch so. Die scheiße zu Ende. Der klatscht da. Rott. Wo Sabu? Sabrina. Sind wir gemutet? Sind wir gemutet? Ich glaube ich weiß was von dir war. Jetzt ist es mehr gemutet. Aber wir hören nicht. Ja. Aber dafür hört sie uns anscheinend. Das ist eine Abwechslung. Wie ist das? Ja. Wie ist das? Wie ist das? So lange ihr noch könnt. Jetzt gerade gerne starten. Wir hören mal übrigens den Fernsehmetergrund. Ja. Es ist ein bisschen leiser. Es geht wieder los. Ja. Die Frau möchte gerne auf Fernsehen gucken. Jetzt hat sie ausgemacht. Oh. Okay. Jetzt ist sie böse. Kannst du bitte ein bisschen leiser machen? Nö. Entweder aus. Oder laut. Nö. 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 Du Opfer. Und was ist jetzt mit Saru? Nö. 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 Okay. Los geht es. 1. Oh Gott. Nö. 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 bild für bild meine geschichte jetzt kommt ja deine mutter ist die karten spielen ich habe mir davon mühe gegeben am anfang die haben verschiedene farben Das ist so blöd, zeichst du denn, ey? Oh, das wird auch noch mal passieren. Ass! Wo ist der Tisch? Jess, weg! Hä? No! Oha. Abwohlfutter. Ich hatte keinen Bock mehr! Ich mach das so schnell, Pferd. 8 Tage zuvor! Warte mal, ey. Was war jetzt mit 8 Tagen zuvor? Was war doch das letzte Bild? 3 Stunden später gesagt. ich dachte da hätte dann noch jemand irgendwie dann wollte ich den dem der dann zeichnet wollte ich irgendwie die möglichkeit geben was komplett neues machen weiß ich nicht haben es das glätte oder so alles klar jetzt geht es weiter mit mit pascals ja stefan wedelt sich ja ich wollte dass du am ende habe ich nichts mehr erkannt ja das stimmt schwanz einfach noch gewachsen am anfang ist ja erst mal klein auf einmal auf meiner eichel unter meiner toilette wächst ein speisepilz ja das war eine sonne ja da war der pilz weg ich habe schon gedacht warum ist der pilz denn jetzt so im mond sollte das sein dann ist die sonne wieder da und sieht dass er tot ist ja ist doch gut ich habe noch so gesagt leute wenn ihr jetzt hier ein speisepilz mal warum das ist keine fliegenpilze da oben in der ecke wie die sich verändern ja 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 das ok da und jetzt hat von da finde ich traurig was daraus geboren ist zwischendurch hast du gar nichts mehr erkannt jetzt bei dem was jetzt von dir kommt ach so ach so ich weiß gar nicht mehr was jetzt noch ich weiß es auch nicht mehr ich weiß es auch nicht mehr ich weiß es auch weil ich habe ja den abschluss gemacht ok dann geht es los jetzt geht los ach ja ich weiß es auch ach ja ich frag mich wie das begonnen hat ja doch ja doch ja doch es ist ein schönes entwickler ja doch ich auch ja doch ich auch radix haa so du lappen es kann nicht Das ist einfach nicht mehr aufzukotzen. Du hast irgend weniger Kotze geworden. Das war richtig geil geworden. Du hast Peter, aber der kennt doch alles zwischendurch. Vor allem, wie er den am Anfang so nett geguckt hat und so und am Ende so wieder... Aber geil. Ich zeichne da jetzt noch einen kleinen Hai rein. Und dann schwimmt Pascal einfach oben an der Oberfläche von der Kotze. Mit dem Rücken nach oben. Das letzte Bild von Übel ist so geil da drin dann. Ich finde am Ende das Bild von Übel immer am besten, wenn das da aufbloppt. Ja. 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 Dafür haben wir jetzt eine Stunde gemalt. Oh ja. Das ist nicht und so, aber es sind eben wenige Bilder dafür. Ja, Leute. Das war die Folge. Anderthalb Stunden. Ich glaube, das ist das längste Video. Längst schön, wenn die GIFs runter... Ja, habe ich schon. Okay, Peter hat gemacht. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hallo. Macht es gut. Bis dahin, das war lustig. Ja. Tschüss. Tschau. Tschüss.